Das Kloster Tegernsee ist eine im 8. Jahrhundert gegründete ehemalige Abtei der Benediktiner am Tegernsee in der Stadt Tegernsee in Bayern. Es war bis 1803 die wichtigste Benediktinerabtei Oberbayerns. Heute befinden sich die Gebäude des Klosters als Schloss Tegernsee im Besitz der herzoglichen Linie der Wittelsbacher. Die örtliche katholische Pfarrkirche St. Quirinus war bis 1803 Abteikirche. In den ehemaligen Klostergebäuden befinden sich heute neben einem Restaurant auch das weithin bekannte Bräuschtüberl der Tegernseer Brauerei und das Gymnasium Tegernsee. Geschichte, Gründungslegende Die Gründungsgeschichte des Klosters Tegernsee ist nur als Legende in der Passio Sancto Corini vom Ende des 9. Jahrhunderts überliefert. Danach entstand die Mönchsgemeinschaft am Tegernsee um die Mitte des 8. Jahrhunderts als Gründung der Brüder Otka und Adeibert. Die dem altbayerischen Adelsklan der Huosi angehörten, die erste Kirche und das Kloster wurden Jesus Christus als Salvatormundi geweiht. Besiedelt von Sankt Gala Mönchen entfaltete das Kloster Aktivitäten der christlich-kulturellen Durchdringung, die bis nach Tirol und Niederösterreich reichten. 804 hätte das Kloster die Reliquien des heiligen Quirinus aus Rom erhalten und die Klosterkirche dessen Patrozinium angenommen. Zum Hergang der Gründung des Klosters durch die Brüder enthält die Legende weitere Details. So lebten die beiden fürstlichen Brüder Otka und Adeibert aus dem Herzogsgeschlecht der Agiläufinger aus der Sippe der Huosi mit ihren Familien am Hofe des Königs Pippin im Frankenreich. Die Sage berichtet, dass der Sohn des Frankenkönigs den Sohn Otkas aus Wut beim Schachspielen mit dem Schachbritt erschlug. Pippin, obwohl er der mächtige Frankenkönig war, fürchtete dennoch die Rache der Sippe der in Bayern und Burgund begüterten und mächtigen, fürstlichen Brüder. Bevor nun Otka von dem Verbrechen überhaupt erfuhr, rief Pippin ihn und seinen Bruder Adeibert zu sich und fragte listig scheinbar um Rat. Ratet mir, was würdet ihr tun? Wie würdet ihr einem schrecklichen Übel begegnen, wenn es nun nicht mehr zu ändern ist? Beide Brüder entgegneten, so ein schreckliches Übel müsste man Gott ergeben und mit Gleichmut hinnehmen. Anführungszeichen, da erst eröffnete ihnen der schlaue Pippin, was geschehen war. Da nun die beiden Brüder nicht gegen ihren eigenen Ratschlag zu Gewalt und Waffen greifen konnten, sahen sie sich gezwungen. Diesen Mord hinzunehmen Otka, der unglückliche Vater, schwieg also trotz Wut, Schmerz und Trauer. Er beschloss aber, zusammen mit seinem Bruder Adeibert der Welt den Rücken zu kehren. So kam es, dass die beiden Brüder in ihrem Stammland, dem bayerischen Sundgau, ein Kloster am Tegarinsjo. Das ist Althochdeutsch und heißt Großer See, an einem besonders sonnigen und schönen Uferstück gründeten, wohin sie sich zurückzogen. Die Szene mit den Schachspielenden Fürstensöhnen war noch lange auf einem großen Tafelbild in der Egerner Kirche zu sehen. Nach dem Sturz des Bayernherzogs Tassilo III wurde Tegernsee Karolingisches Königskloster. Die Ungarn-Einfälle und die damit verbundenen Kosten für den bayerischen Herzog Arnulf ließen ihn Klöster säkularisieren und zur Deckung der Kriegskosten die Klostergüter verkaufen. Ob Tegernsee davon direkt betroffen war, ist nicht belegt, jedoch verfiel die geistliche Kommunität in Tegernsee im Verlauf des 10. Jahrhunderts. Das mönchrische Leben erlosch. Historisch belegt ist davon nur die Existenz Adalberts als Abt des Klosters Tegernsee in einer Urkunde aus Freising und seine Teilnahme an einer Synode 770 in den Golfing. Schon die Existenz Sotkas lässt sich nicht durch zeitgenössische Dokumente nachweisen. Alle weiteren Angaben entstammen den heiligen Legenden um Quirinus, die erstmals am Ende des 9. Jahrhunderts aufgezeichnet wurden und in erweiterter Fassung aus dem 10. Jahrhundert stammen. Die Herkunft Adalberts oder auch beider Brüder aus der Familie der Huosi gilt inzwischen als widerlegt. Untersuchungen der Gebeine, die im Hauptaltar der Klosterkirche als die der beiden Gründer aufbewahrt werden, ergaben Anfang 2016, dass die beiden Personen nicht aus dem heutigen bayerischen oder deutschen Raum stammten, sondern vermutlich ihren Ursprung in der Bretagne hatten. Die Gründung des Klosters kann mit diesen Untersuchungen auf 760 bis 65 datiert werden. Neugründung als Reichsabtei die von Kaiser Otto II. Mit initiierte Neugründung Tegernsees als Reichsabtei im Jahr 978 führte zur Erneuerung von Mönchtum und Kloster. Mit dem Mönch Frumund und Abdelinger wurde Tegernsee zu einem Zentrum von Literatur, Buch, Kunst und Gelehrsamkeit. Die Tegernseer Reform erfasste eine Reihe bayerischer Klöster, auch Sankt Ulrich in Augsburg wurde nach seiner Umwandlung in ein Benediktinerkloster von München aus Tegernsee besiedelt. Die Blütezeit des Klosters sollte dann noch bis weit ins 12. Jahrhundert andauern, erkennbar u.a. an dort entstandenen Werken der Literatur und Wissenschaft. Ruotlieb Quirinalen Spier vom Antichrist Tegernseer Briefsammlung. Das alexandrinische Papst Schismaser Tegernsee weitgehend vom politisch-kirchlichen Gegeneinander verschont, aber versehen mit königlichen und päpstlichen Privilegien. Die Grafen von Andex als Tegernseer wirkte ab 1121 und der für Tegernsee zuständige Bischof Otto II. Von Freising offenbaren dann nochmals das adlige Netzwerk, das an der Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert hinter der Ernennung Manegolz von Berg zum Abt dieses Bayerischen Klosters stand. Der Tegernsee-Spruch weiters von der Vogelweide gehört in diese Zeit. Der Abbatiat Manegolz von Berg über Tegernsee und die Einsetzung dieses Abtes durch eine Adelsgruppe um Berger, Andexer und Staufer deuten schon die nachfolgende Entwicklung an. Im 13. und 14. Jahrhundert St. Tegernsee zu einem Adelskloster in Abhängigkeit von gewissen Adelsfamilien herab. Und erst mit der Melka-Reform des 15. Jahrhunderts besann man sich wieder auf die ideale benediktinischen Mönchtums. Der Brand des Klosters 1410 und die Visitation durch den Generalvikar Johannes Grünwalder 1426 markieren Tiefpunkt und Neuanfang in der klösterlichen Entwicklung. Tegernsee wurde auch mit Unterstützung des Kardinals und päpstlichen Legaten Nikolaus von Küss unter Abteindorfer zu einem Reformmittelpunkt benediktinischen Mönchtums in der damaligen Zeit. 1455 besiedelten Tegernseermönche das neu gegründete Kloster Andex. Tegernseer waren Äbte in Benediktbeuern, Oberallteich, Wessobrunn U. A. 1446 wurde zum 700-jährigen Jubiläum ein großer Päschensalter gewandert. W. Johannes Keck, Tegernseer Delegierter am Konzil von Basel, verfasste ein Werk über Musik der Tegernseer Prior Bernhard von Waging mystische Schriften. Um 1470 wurde die Klosterkirche neu errichtet. Unter dem Bibliothekar Konrads Arturi wurde um 1500 im Kloster das Liber Illuminis darum zusammengestellt. Die größte spätmittelalterliche Sammlung von Rezepten für die mittelalterliche Schreibstube, die über 750 Anweisungen unter anderem zur Pergamentbearbeitung, Farbenherstellung und Vergoldetechniken enthält. Die Blütezeit des Bayerischen Klosters hielt auch während der frühen Neuzeit an. Ab 1573 gab es eine eigene Klosterdruckerei, die U. A. dank kaiserlicher Druckprivilegien theologische, liturgische und musiktheoretische Bücher druckte. Die Wirren des Dreißigjährigen Krieges überstand die Mönchsgemeinschaft trotz eines schwedischen Angriffes auf das Kloster. Klosterkirche und Klostergebäude wurden ab 1684 1688 barockisiert. Das Kloster Tegernsee war prominentes Mitglied der 1684 gegründeten Bayerischen Benediktiner Kongregation. In der Regierungszeit des Abtes Benedikt Schwarz zeigten sich dann die Vorzeichen der Säkularisation, die schließlich 1803 erfolgte und das Ende des Klosters Tegernsee mit sich brachte. Gregor Rottenkulber, der letzte Abt vom Kloster Tegernsee, starb am 13. Februar 1810. Schloss Tegernsee, der größte Teil der Klostergebäude zwischen Kirche und See, verfiel nach der Säkularisation. 1803 ersteigerte der spätere Generalpostmeister Karl-Josef Graf von Drechsel den gesamten Klostertrakt mitsamt den Wirtschaftsgebäuden für 44.000. Gulden. Der neue Eigentümer ließ den ganzen Westteil des Klosters abbrechen und das Kupfer der Dächer entfernen. Aus dem Verkaufserlös dafür soll er den gesamten Kaufpreis gewonnen haben. Den immer noch bedeutenden Rest, nämlich die Trakte zu beiden Seiten der Kirche, erwarb 1817 König Maximilian I. Josef für 180.000 Gulden. Am 07.8.10.1822 empfing er hier Zar Alexander I. von Russland und Kaiser Franz I. von Österreich mit deren Gefolge zu einem kurzen Treffen. Der König ließ das Bauwerk 1823 Vierundzwanzigstel durch Leo von Klenze umgestalten und sich hier einen Landsitz einrichten. Baugeschichte Im Mittelpunkt des Gebäudekomplexes steht die ehemalige Klosterkirche St. Quirin, die als katholische Pfarrkirche genutzt wird. Teile der Krypta und die unteren Teile der westlichen Doppelturmfassade stammen vielleicht vom Neubau des Klosters um 980. Im 15. Jahrhundert wurden Kloster und Kirche neu gebaut. 1476 war die große dreischöfige Basilika ohne Querhaus vollendet, die bis heute den baulichen Kern der Klosterkirche bildet. Von ihr ist der Dachstuhl noch weitgehend erhalten. Ebenso zeigen die beiden Westtürme im Glockengeschoss im Inneren noch das Backsteinmauerwerk aus dieser Zeit und besitzen auch noch die Dachstühle. Der Turmhemme, allerdings in ihrer äußeren Form verändert. Ab 1678 erfolgte nach den Plänen von Enrico Zuckalli eine Barockisierung der Kirche, wobei auch eine Vierung und ein Querhaus eingefügt wurden. Damals entstand bis um 1690 die reiche Stuckierung und das komplexe Bildprogramm im Gewölbe von Hans Georg Assam. Bei der die Kirche umgebende Klosteranlage handelt es sich heute um eine Vierflügelanlage mit Putzgliederung, die zwei Binnenhöfe umfasst. Die Anlage wurde 1678 nach Idealplan von Enrico Zuckalli sowie 1689 bis 1736 durch Antonio Riva, Johann Schmusa und Johann Baptist Gunn-Etzreiner errichtet. Nach der Aufhebung des Klosters wurden bedeutende Teile der Klosteranlage abgetragen, so besonders das große Treppenhaus, der Marstall und die Gästewohnungen um den Hof vor der Kirchenfassade. Um 1820 wurde schließlich in der Kirche der östliche Psaljekor abgetrennt und die Fassade durch Leo von Klenze umgestaltet. 1823 bis 1824 wurde die Klosteranlage durch Leo von Klenze zum königlichen Sommerschloss umgestaltet. Zur Anlage gehört auch das ehemalige Sekretum, das sogenannte Apothekerstöckel. Ein zweigeschossiger Walmdachbau mit rustiziertem Eingangsrisalit aus dem 18. Jahrhundert. Südlich der Klosteranlage findet sich ein Denkmal für Königin Karoline, das 1870 von Johann von Halbig geschaffen wurde und ebenfalls unter Denkmalschutz steht. Zu den weiteren Gebäuden, die zeitweise im Besitz des Klosters Tegernsee waren, zählen unter anderem das Gut Kaltenbrunn sowie die abgegangene Burg Ebertshausen, heutige Nutzung des Gebäudes. Der Gebäudekomplex besteht heute noch aus der Pfarrkirche St. Quirin, der ehemaligen Klosterkirche, sowie den nördlich und südlich angrenzenden Trakten rund um die beiden Höfe. Außerdem bestehen nördlich der historischen Bauten noch neuere Nebengebäude der Brauerei. Im Nordtrakt ist das herzoglich-bayerisches Brauhaus Tegernsee untergebracht. Das Erdgeschoss des Westflügels, unmittelbar an das Kirchenportal angrenzend, ist das Tegernseer Bräuschtüberle. Der südliche Trakt hat eine gemischte Nutzung. Ost- und Südflügel nutzen das Gymnasium Tegernsee. Dazu gehört auch das Marmortreppenhaus und der mit reichen Stokaturen und einem barocken Deckengemälde geschmückte ehemalige Recreation-Saal des Klosters, der heute als Aula der Schule und für kulturelle Veranstaltungen der Gemeinde Tegernsee genutzt wird. Im Erdgeschoss des Westflügels ist ein Restaurant mit Brennerei untergebracht. Die Stockwerke darüber sind der private Wohnbereich des Wittelsbacher Zweigesherzog in Bayern, Äbte von Tegernsee.